so in diesem video möchte ich auf das wohl beste gadget eingehen das ich jemals getestet habe und zwar ist es dieser mini beamer von bambo und ich muss sagen hier stimmt einfach alles preis leistung qualität verarbeitung die ideenreichtum an diesem teil das ist einfach nur genial man klappt einfach hier vorne die linse um und schon ist der beamer im prinzip im einsatz man hört ein mini minimales lüftergeräusch total erträglich fast nicht wahrnehmbar der zaubert ein wunderbares bild auf die leinwand wie man in den nachfolgenden clips sehen kann und die anschlussmöglichkeiten sind ebenfalls zahlreiche wir haben hdmi wir haben usb wir haben kopfhörer via aux und natürlich den power adapter sowie eine micro sd grafik also kriegt man alles rein was man braucht wlan hat er nicht aber fire tv stick und so weiter sei dank ist auch das kein problem die größe ist tatsächlich so groß wie ein iphone etwa das ding ist super schlank super handlich gut verarbeitet alles aus gutem kunststoff gefertigt wie gesagt bildqualität extrem gut auch bei spielen wenn man fußball spielt playstation ist alles kein problem ruckel frei und ja ich habe ehrlich gesagt noch nie ein cooleres gadget getestet mit super ja super begeistert davon Dead bis zum nächsten kopfhörer unter kein über nach bis zum nächsten sind bis zum nächsten 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 Wir haben die Kinder.